Die beiden Kaninchenmädels Tiana und Nevien hatten es bisher nicht leicht und wünschen sich nun ein liebevolles Zuhause, das sie bevorzugt gemeinsam erobern möchten. Beide haben die Schiefköpfchenkrankheit, die bei Navien zu einer stärkeren Trübung des linken Auges geführt hat. Davon abgesehen sind Tiana und Navien putzmunter und fit. Eine Vergesellschaftung sollte allerdings nur mit ebenfalls positiven Tieren erfolgen. Wer möchte die zwei charmanten Damen kennenlernen?